Unser Freund für uns ist Christoph der Surfer. Wir sind hier im grünen Naxos Surfer. Das ist sehr praktisch, weil ich es in dem Buch sage. Man kann das sehr gut surfen, weil es ist sehr wichtig. Und wenn man da genau ein bisschen sagt, dass der Boden braun ist. Das heißt, dass es erst lange schmerzt. Und es ist gut wieder platt. Und ich finde, es hat ziemlich sehr viel Schiff. Weil es ist dann nicht so platt. Und es ist auch nicht so optimistisch. Es ist auch sehr gut. Und ich finde, es ist 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 sehr gut. Und es ist sehr gut. Und es ist sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.